Willkommen, ihr verrückten Hunde! Wir sind in der Welt 18. Fortsetzen. So, die Musik ist jetzt anders. Sie ist jetzt nicht mehr so li-la-la, alles fröhlich, sondern die Musik ist jetzt böse, denn jetzt sind wir wirklich in der letzten Welt angelangt. Welt 18. So wie in jedem Arespiel. Errechte das hier ohne Stacheln zu berühren. Okay. Ist das nicht sowieso ratsam, ohne Stacheln zu berühren, durchs Level zu laufen, weil sonst tut man sich ja weh und stirbt. Oh, was soll's. Oh, ich verstehe, wir sind ganz in dieser Clown-Scooche unterwegs. Und da ist es nicht zwangsläufig schlimm, wenn man keine Stacheln berührt. Außer in diesem Fall, da ist es schlimm. Ich werd auch auf, fuck. So, da ist ne Vollblumen. Wenn ich die jetzt kriege, bin ich echt ein guter Kerl. Ah, fliegende Bloopers. Wer denkt sich sowas böses aus? Ich werde einfach mal versuchen, alle dabei auch noch zu töten. Könnte hier die zweite Challenge sein. Man weiß es ja nicht. So. Ist aber gar nicht so einfach. Wenn die in der Wand drin sind, wisch ich die gar nicht. Schon die nächsten. Oh, nee. Jetzt hab ich meinen Triple Shot verloren. Okay, das ist echt fast unmöglich, allzu töten. Aber nur fast. Das ist schon die nächste Folge. Oh, die sammle ich erst ein, wenn ich nochmal getroffen wurde. Oh, seht mal, wie die von mir weglaufen. Ja. Die sind immer irgendwie oben. Das ist echt ein Kampf. Unten ist nix mehr. Ah. Komm, komm. Ich hab denen die Flügel abgeschossen. Jetzt kann ich die auch treffen. So. Das war Raum 1. Ach, scheiße. Da kommen ja... Das wollen ja noch mehr raus. Ja gut, aber das kann ja unmöglich sein, dass ich davon alle töten muss. Vielleicht muss ich ja nur die Dicken töten. Wusste ich jetzt auch nicht. Ähm, ja. Checkpoint bringt einem gar nichts in diesem Spiel, weil die Challenges dadurch nicht dicht werden. Oh, oh. Schnell durchziehen. Oh, scheiße. Oh, der drückt mich in den Tod. Oh, Mann. Jetzt können wir alles von vorne machen. Äh. Das Beste ist ein Checkpoint. Macht sogar noch langsamer, das Ganze, was hier abgeht. Die Ladezeit ist nicht nur das, sondern ich muss auf Neustart. Verliere sogar noch ein Leben mehr dabei. Ja, das war ganz schön scheiße. Und ganz schön scheiße schwer vor allem. So. Boah, diese Ladezeit. Was ist mit diesem Spiel? Okay, komm schon. Äh, jetzt hat er das. Krass. Was hat mein Pilz das? Ich versuche jetzt einfach nur alle Großen jetzt zumindest zu töten. Was schwieriger gesagt ist, hat es getan. Wirklich. Die hauen nämlich von mir ab. Wenn ich die von unten erwische, ist alles okay. Aber andersrum. Oh, jetzt kriege ich den nicht. Doch, ich habe ihn. Dann schnappe ich mir mal Vollbloom. Lass mich mal da durch. Ja, ist noch einer. Oh, hau nicht von mir ab. Nein, er hat in die andere Richtung gefeuert. Was ist denn da los? Oh, ich wollte nicht in die andere Richtung feuern. Aber da sind ja noch zwei mehr. Gut, weil er erwischt. Geil. Wo ist der andere? Ist der weg? Habe ich ihn jetzt getötet? Heißt das nicht. Ach, egal. Ich werde ihn bestimmt erwischt haben. Oh, hier ist noch einer. Oder vielleicht ist er er. Oh, er hat schon mit den anderen Stufen gefeuert. Aber es ist okay. Nicht schlimm. Passiert. So, solange die keine Flügel haben, sind die auch voll in Ordnung. Damit haben wir das, ne? Also, damit haben wir noch gar nichts eigentlich. Ähm. Das ist mal ganz. Oh mein Gott. Weil ich über das... Oh, fuck. Jetzt bin ich noch... Alter, hier läuft gerade gar nichts bei mir. Ähm. Ich bin ja gerade noch ausgerutscht. So. Ähm. Weil ich nicht den Checkpoint kriegen wollte, bin ich tot. Ganz einfach. Hätte ich versucht, den Checkpoint jetzt nicht auszuweichen oder sonst was. Dann wäre das jetzt nicht passiert, da ich so gestorben wäre. Aber irgendwie ist gerade heute... Ich merke gerade, seitdem ich diesen Part jetzt angeschmissen habe. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Ah, fuck you. Oh, nein. Oh, Mist. Wieso musste ich aus dieser Clowns-Kutsche dabei rausfallen? Ich dachte so, ich mache den coolen und springe da raus, um ihn zu töten. Wisst ihr? Aber nö, meine Clowns-Kutsche verliere ich dabei. Ähm. Gut. Mal schauen, was für Möglichkeiten es noch gibt zu sterben. Weil ich muss ja anscheinend alle einmal durchhaben. Vielleicht mich von zu vielen Blupers treffen lassen. Das hatte ich noch nicht. Als Todesursache. Oh. Boah, was für unausstellliche Gegner gewinnt. Oh, er ist von mir ausgewichen. Oh, kacke. Jetzt habe ich noch einen mehr als Problem. Daneben. Okay, einen habe ich. Ach, schwinden die aus dem Bildschirm? Kommen die wieder? Doch, die kommen irgendwann wieder. Vielleicht. Da war doch einer. Was? Ich habe doch gerade einen gesucht. Ja, oder nicht? Was? Nochmal zwei große? Ja, den einen, den kriege ich nicht. Oh. Nicht sterben? Hast Stacheln berührt? Nicht so gut gewesen. Wo ist der, der Unerreichbare? Wo ist dieser Kerl? Ich bin mir sicher, der war hier irgendwo. Er ist weg. Ich glaube nicht, dass ich ihn getötet habe. Das ist nicht gut. Äh. Das bauen ja immer neu, die Kleine. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe ihn getötet, den Großen. Weil ich sehe ihn nicht mehr. So, und jetzt muss ich entweder vorsichtiger da oben das Ding rüberspringen, oder Ach, ich schalte es auf. Aber ich habe es jetzt einfach nur geschafft. Boah, ich bin echt langsam. Oh. Ah, ich kann die ja kaputt machen. Oh. Scheiße. Na toll. Ich muss mal kurz auf Start drücken. Die Challenge ist noch nicht irgendwie kaputt, oder so. Also ich kann es immer noch schaffen. So. Die Viecher, die können auch stacheln. Mit Stacheln treffen. Also die sind ja Stachis, aber wenn die es so klein machen, dann schießen die ja Stacheln. Da. So wie der hier. Die sind nicht abwehrbar. Also da muss ich echt verdammt vorsichtig sein. Die möglichst töten, bevor die schießen. Oh, oder wenn nicht, dann zumindest ausreichend. Okay. So weit, so gut. Ist ja gut. Okay. Ey, Mann, das schießt das Ding. Nur weil eine Feuerwehrmutter drin ist. Musste ich sie mir nehmen. Hätte ich mir gerne aufgehoben. Aber... Aber was glaube ich dann doch sicher war? Was ist das denn? Was war das denn? Oh. Aber es sind keine Stacheln. Unten ist noch einer. Okay, alle tot. Weiter. Echt nicht einfach das Level. Jetzt kommt noch ein Hammer, oder? Entgegen. Ne, jetzt noch da oben. Ein Pilz. Ein böser Pilz. Muss man jetzt sagen. Ein Bowser Jr. auch? Okay. Gut. Kämpfen gegen Bowser Jr. Von mir aus. Das hat jetzt als Eintreffer gezählt. Okay. Zweiter Treffer. Wow, okay. Das ging schnell. Das Ding ist ein bisschen im Weg. So. Muss ich mal schauen, was der sonst noch so kommt. Oben, unten. Mal gucken. Nicht zu weit in die Lava. Sonst hab ich ein Problem. Das ist auch nichts. Guckt der noch was? Irgendwas ist da. Ah, ist das nochmal gut. Oder okay. Das Spiel ist gleich jetzt schon nach unten. Böses Wunderpist auch noch. Ja, komm her. Jetzt geh weg. Einmal runter. Geister kann ich nicht töten. Warum ist das Ding denn böse? Ey, Moment. Da ist ja gar nichts drin. Wolle ich denn da mitmachen? Ach, der Geisterkreis selber ist das was? Oh, jetzt verstehe ich. Der Geisterkreis, der da drumrum schwirrt, ist das Böse an dieser Sache hier. Dann schwirr mich einfach unten. Ne, hast du mich nur erwischt? Das ist richtig nicht. Aber es zählt nicht als Stacheln, oder? Die Challenge zählt noch nicht als versagt. Oh, ist mal angenehm mit diesem Sound-Effekt los sein. Dieses Auflade-Sound-Effekt, ne? Okay. Und bitte, bitte sei hier Ende. Oh, kann sein, dass eine Challenge ist. Sammle alle Münzen. Ich hoffe nicht, dass das so ist. Das wäre echt arschig. Aber ich kann es mir vorstellen, jetzt leider, wo mir vier Münzen entgegen kamen. Okay, mal schauen. Zumindest haben wir die eine Challenge hergeschafft. Zumindest, wenn nicht. Also, von Stacheln habe ich mich nicht treffen lassen. Nur von allen anderen ungefähr, was es gibt. Aber nicht von Stacheln. Okay. Oh, ich muss... Ah, jede Feuer-Clown-Scooche einmal... ...sicht drin gewesen sein. Eigentlich ganz schön clever. So, naja, okay. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Einmal jede Plown-Scooche zu... Äh, ja. Erkopieren. Wow, das wollte ich jetzt nicht. Ey, töte mich mal nicht, Alter. Okay, ganz schön. Ey, das hat nichts mit Münzen zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich diese scheiß großen Viecher töten muss. Jetzt fühle ich mich nicht doof, weil ich sie die ganze Zeit probiert habe. Ich würde einfach die ganze Zeit vor dem Weg laufen können. Gut, so, okay, nicht weiter schüren. Ich darf mich zur Nutzung auch von Stacheln treffen, das ist jetzt. Ey, oh, Mann. Das ist echt unübersichtlich. Ich weiß gar nicht, was von denen nur lebt und was nicht. Super. Schon wieder, als würde nochmal schief gehen hier. Boom. Schnell weg. Schnell weg, habe ich gesagt. Das war nicht schnell weg. Ich kam da nicht durch. Ich glaube, das wäre auch einfacher gewesen, wenn ich hier Vollblume gehabt hätte. Dann hätte ich einen besseren Schuss gehabt, glaube ich. Wenn das überhaupt was damit zu tun hat, weiß ich nicht. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall den Pilz von hier öffnen, weil ich habe keinen Bock mehr, den immer einnehmen zu müssen. Wow. Kleiner Ruckler. Keine Ahnung. Komm schon vor. Ich habe momentan echt Probleme. Ich hoffe, meine Capture Cut oder so, irgendwas, was alles geht, nicht kaputt. Weil langsam ist es nicht mehr so einfach, mal eben eine Aufnahme zu starten. Vorher war das, eigentlich kenne ich das nur so, Kabel rein und aufnehmen. Aber jetzt erkennt er das ganz oft nicht. Und ich muss das irgendwie zehnmal reinstecken, bevor der es irgendwie erkennt. Und jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Ich muss jetzt einmal mit oben durchkämpfen. Yeah, yeah, yeah. Okay, gut. So. Vor allem kommt eine sehr kurze Stelle, dann ein Checkpoint. Und danach geht das sehr inhaltsreich weiter. Jetzt habe ich leider ein Checkpoint bekommen. Ja, und... Ich kann ja auch zur Not warten, oder? Na egal, komm, gut durch. Oh, oh, nicht schon wieder. Yes. Okay, so gut. So, ich muss alles an den Feen. So, alle... ...Fahrgestelle, alle Clowns rutschen. Oh, oh, ja, da... ...de ich mich jetzt leider doch treffen lassen. Das muss ich haben. Das muss ich haben. Wenn ich einmal daneben falle, habe ich ein Problem. Ich habe doch damit zu übersehen, was jetzt, oder? Hier muss ich ja nicht alle tüten. Das war eben gemacht. Und jetzt können wir uns nachplützen, ne? Oh, oh. Oh, nein, oh, nein, 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 nein. Nicht in der Lava versinken. Oh, oh, das war knapp. Das war knapp. Die versinken ja irgendwann in der Lava, wenn man die... ...sich nicht holt. Jetzt habe ich doch ein Problem, weil... ...dass habe ich diese Schraubenschlüssel im Nacken. Wow, oh mein Gott. Das ging jetzt fast echt übel aus. Ich habe es gesehen, ja. Oh, kacke, ey. Das war jetzt nochmal... Da habe ich nochmal echt nicht die Schwein gehabt. Das ist jetzt kein böses Ende, so lange. Er ist tot. Das war halt nicht unendlich, falls ich da die zweite, die nächste Klaus-Kutsche zu holen. Das ist in der Zeit. Oh. Oh, ich hätte fast übersehen. Mein eigener One-Up hat mich jetzt fast nur erwischt. Der wird tricky, aber... Ach, die hauen einfach ab. So hätte ich das einfach machen sollen. Okay, nur der Test. 13 von 17. Da kommen ja vier noch. Oh. Ich hätte einfach reinspringen müssen. Gut wäre. Naja. Jetzt weiß ich es besser. Ich muss jetzt bloß nicht ins Ziel reingehen, außer dem... ...un was doofes. Ich habe Schiss, was mir jetzt doch passiert. Was ist der letzte? Ich warte hier auf ihn. Ja, okay. Wow. Das war jetzt ein Level. Das hat es ganz schön in sich gehabt. Mal schauen, ob alle Level 8... Äh, Welt 8... Welt 8 sind. Level 2 sind. Das hat schon... ...einen guten Part jetzt eingenommen. Warte, passiert das? Okay, dann weiter. Weiter im Text. Der Bösen muss.